Zeichnen von Standardformen In Draw, LibreOffice 6.4 Alle Formen wie Linien, Rechtecken usw. werden auch als Objekte bezeichnet. Öffnen Sie Draw. Die Zeichenwerkzeuge finden Sie auf der Symbolleiste Zeichnung. Gerade Linie zeichnen Zeichnen Sie eine gerade Linie. Dazu klicken Sie in der Symbolleiste Zeichnung auf das Symbol Linie einfügen. Nun positionieren Sie den Cursor an die Stelle auf der Folie, an der die Linie gestartet werden soll. Klicken, halten und ziehen Sie den Cursor und zeichnen damit eine Linie in einem beliebigen Winkel. Lassen Sie die Maustaste an der Stelle los, an der die Linie beendet werden soll. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten, während Sie eine Linie zeichnen, erstreckt sich die Linie beim Ziehen symmetrisch in beide Richtungen vom Startpunkt aus. Zeichnen Sie einen Pfeil. Klicken Sie auf das Symbol Linien und Linien Spitzen, um einen Pfeil zu zeichnen. Der Pfeilkopf wird am Ende des Pfeils gezeichnet, wenn Sie die Maustaste loslassen. Zeichnen Sie ein Quadrat. Klicken Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil rechts neben dem Symbol Grundformen in der Symbolleiste Zeichnung. Nun klicken Sie auf das Symbol Quadrat. Klicken, halten und ziehen Sie vom Startpunkt weg und zeichnen ein Quadrat. Zeichnen Sie ein Rechteck. Zeichnen Sie ein Rechteck, indem Sie auf das Symbol Rechteck klicken. Zeichnen Sie einen Kreis. Klicken Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil rechts neben dem Symbol Grundformen in der Symbolleiste Zeichnung. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der der Bogen oder das Segment gestartet werden soll. Klicken, halten und ziehen Sie den Cursor, um einen Führungskreis aufzuziehen. Lassen Sie die Maustaste los. Führen Sie den Cursor zum Beginn des Segments. Klicken halten Sie erneut und ziehen das Segment auf. Nochmaliges Klicken beendet das Zeichnen des Segments. Klicken, halten Sie den Cursor zum Beginn des Segments. Klicken, halten Sie den Cursor zum Beginn des Segments. Klicken, halten Sie den Cursor.